Wird Helene Fischer erstmals Mama? Helene Fischer, 37, ist schwanger. Solche Schlagzeilen hat man in den vergangenen Jahren schon sehr oft gelesen. Doch dieses Mal soll es angeblich wirklich wahr sein. Die Schlager-Queen soll ihr erstes Kind erwarten. Insider will von der Schwangerschaft erfahren haben, dass Helene Fischer schwanger sein soll, will nun ein Insider erfahren haben. Ob das stimmt, ist aktuell noch nicht bestätigt. Doch es wären doch wirklich schöne Neuigkeiten. Die Sängerin ist schließlich schon seit ein paar Jahren in festen Händen, und zwar geht sie offiziell seit 2018 mit Tänzer Thomas Seitel durchs Leben. Viel ist über die Beziehung zwar nicht bekannt, doch mit ihm scheint die 37-Jährige ihren Mr. Reit gefunden zu haben. Schon oft wurde über eine Schwangerschaft gemunkelt. Helene Fischer legt viel Wert darauf, dass ihr Liebesleben privat bleibt. Dennoch kursieren immer wieder Gerüchte um eine Schwangerschaft. Vor allem die Auszeit der Schlager-Queen brachte viele zum Nachdenken. Einige waren sich sicher, dass sie während ihrer Pause still und heimlich Mama geworden ist. Vielleicht ist es ja in wenigen Monaten tatsächlich soweit. Eine RTL-Anfrage blieb bislang zwar unbeantwortet, aber wir würden uns wirklich sehr für das Paar freuen. Dann à Fool's Las also Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020